Jubiläum, das ist die 25. Folge von die Woche in kurz dieses Jahr. Yay! Und es ist auch die letzte Folge vor der Sommerpause. Yay! What? Ja, heute ist großes Restewitzen angesagt, denn es muss noch so einiges vom Schreibtisch, damit Platz ist für den Sangria-Eimer. Wir fragen uns also heute deshalb, welche teuflische Dummbatzigkeit hackt die UEFA als nächstes aus? Was steht im Wahlprogramm der Union? Und wenn nichts, warum hat sie dann eins? Und wer ist eigentlich dieser Olaf Scholz? Das alles jetzt. Da war ja mal was los in Fußball-Deutschland. Das hätte auch keiner gedacht, dass diese EM zum ersten Mal spannend wird bei einem Thema, wo es gar nicht um Fußball geht. Naja, wobei indirekt schon, denn immerhin hat sich die UEFA mit der Diskussion um die verbotene Regenbogenbeleuchtung der Allianz Arena das spektakulärste Eigentor geschossen, das es bisher in dieser EM gab. Nicht, dass ich auch nur eine Sekunde bisher davon geschaut hätte. Das Verbot hat im Grunde nur dazu geführt, dass die Regenbogenfahnen eben im gesamten Rest von Deutschland geweht haben. Die Solidaritätsbekundungen waren wirklich überwältigend. Gut, manchmal wurde das ganze Pinkwashing auch so ein bisschen cringy. Ich meine, haben sie Markus Söder mit seiner Regenbogenmaske im Stadion gesehen? Der CSU-Chef? Die haben doch noch 2018 Viktor Orban zum Polit-Petting nach Kloster Seon eingeladen. Jetzt wollen sie nichts mehr von ihm wissen, aber ganz ehrlich, das ist so ein bisschen, wie wenn deine Hardrock-hassende Freundin sich von dir trennt und du ab dann nur noch ACDC-T-Shirts trägst. Als Schlagerfan, wohlgemerkt. Für die UEFA war das Ganze natürlich ein einziges PR-Desaster. Sie hat dann sogar noch ein Statement zu dem ganzen Thema getwittert. Das Ding ist ziemlich komplex und leider auf Englisch, aber ich habe zum Glück eine gute deutsche Übersetzung für sie gefunden. Ähm, Regenbogen ist gut, ist aber auch nicht so gut. Ja, ein Vogel! Jetzt ist die UEFA übrigens schon auf der Suche nach dem nächsten Thema, mit dem sie ihrem Ruf als halbmafiöser Erpresserhaufen gerecht werden kann. Und siehe da, sie hat eins gefunden. Auf Drängen der UEFA dürfen jetzt nämlich 60.000 Menschen zum Endspiel ins Wembley-Stadion gehen. Sie wissen, das Wembley-Stadion in England, da wo gerade die Delta-Variante des Coronavirus tobt und keiner so genau weiß, wo das noch hinführt. Würde mich ja nicht wundern, wenn die UEFA noch Quarantäne-Ausnahmen für ihre VIP-Gäste fordern würde. Hä? Haben sie schon? Aha. Ich Dummerchen. Apropos Dummerchen. Armin Laschet und Markus Söder haben jetzt knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl ihr Wahlprogramm vorgelegt mit dem Titel Stabilität und Erneuerung. Klingt ein bisschen nach veganer Grillabend mit Spare Ribs, oder? Oder streng monogame Swinger-Party? Jetzt sagen viele, was schon drei Monate vor der Bundestagswahl sagen, was man will. Ist das nicht ein bisschen überstürzt? Und tatsächlich, auch ich als in NRW lebender Mensch war ein bisschen überrascht. Ich meine, Armin Laschet ist bei uns jetzt nicht gerade durch seine klar und deutlich formulierten Ziele bekannt. Im Gegenteil, ich meine, nix wollen und das vorher noch mit der Wirtschaft abklären, das ist doch unser Laschi. Aber wenn man dann in das Programm der Union schaut, ist man schnell wieder beruhigt. Denn ich sag mal so, da ist sogar die Inhaltsangabe vom neuen James Bond schon konkreter. Klimaschutz, aber nicht so doll. Steuererleichterungen für Unternehmen, keine Steuererhöhungen für den Rest, sehr viele Investitionen und trotzdem eine schwarze Null. Diese Union, da klauen sie erst den Grünen die Umweltthemen und jetzt auch noch der Linken die Nichtfinanzierbarkeit. Das sind Teufelskerle. So richtig weiß man jetzt immer noch nicht, was die Union will, ob sie überhaupt irgendwas will und wie sie es erreichen will. Aber immerhin, jetzt hat sie einen griffigen Slogan für ihren Kanzlerkandidaten. Armin Laschet, der tut nix, der will nur regieren. Übrigens kam diese Woche noch ein weiterer Name im Rennen um die Kanzlerschaft ins Gespräch. Ein sogenannter Olaf Scholz von einer Partei namens SPD. Dieser Olaf Scholz war angeblich mal Hamburger Bürgermeister und genau in dieser Zeit gab es in Hamburg eine Bank, die sehr viel Geld mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften gemacht hat. Sie wissen, Cum-Ex-Banken machen Aktiengeschäfte und lassen sich dann vom Staat Steuern zurückerstatten, die sie nie bezahlt haben. Klingt jetzt erstmal irgendwie asozial, aber ganz ehrlich, wer will da den ersten Stein werfen? Ich meine, wir haben doch alle auch schon mal von unserer Hausbank Dispo-Kritizinsen zurückverlangt, die wir nicht bezahlt haben, oder? Ne? Wie dumm von uns. Jedenfalls, diese alteingesessene Hamburger Bank hat zu Unrecht Geld vom Staat kassiert. Das hat das Finanzamt gemerkt und zurückgefordert. Dann haben sich die Banker dreimal mit Olaf Scholz getroffen und dann hat das Finanzamt auf die Rückforderung verzichtet. Zufall? Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was Olaf Scholz da vorgeworfen wird. Ich habe mich mal ein bisschen über diese SPD erkundigt und wenn ich das richtig verstanden habe, will die sich vor allem um Menschen in finanziellen Notlagen kümmern. Da steht nix von, keine Banker. Gut, ein bisschen doof ist, dass sich Olaf Scholz so partout nicht an diese drei Treffen erinnern will. Ich meine, Vergesslichkeit ist jetzt nicht die beste Eigenschaft, wenn man sich um die Kanzlerschaft bemüht. Wobei, vielleicht könnte man ja auch daraus einen griffigen Wahlslogan zimmern. Früher Angela Merkel. Sie kennen mich. Heute Olaf Scholz. Ich kenne sie nicht. So, das war's. Ich schmeiß mich jetzt ins leichte Sommerkleidchen, steck die Füße in die Eiswanne und vergrab mein Gesicht in einer Wassermelone. Es wird schließlich Sommer und es gibt ja eigentlich kaum noch Themen. Also, außer vielleicht den Mangel an Impfstoff. Und die Frage, wie es in unseren Schulen weitergeht. Und die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche. Und die UFO-Akten des Pentagons. Und Britney. Und schönen Sommer. Bitte abonnieren Sie diesen Kanal, geben Sie einen Daumen hoch und schreiben Sie einen Kommentar. Danke.